Das ist ein Must-Have, hier diese Ausbildung zu machen, persönlichkeitsbildend, Kompetenzen und einfach auch eine Basis, einen ganzen anderen Level in deinem Leben zu erreichen. Ja, das Wohnende war mega. Also er bringt dir die Punkte, er hat super Beispiele, die aus dem Leben raus sind, wo man es nicht einfach wieder findet, weil viele geben natürlich irgendwas vor und sagen so, Punkt 1, 2, 3, 4, aber mit so lebendigem Beispiel, finde ich es einfach toll. Ich hätte auch niemals gedacht, dass man innerhalb von zwei Tagen so viel ändern kann bei einem Menschen. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil es ist so viel auf mich eingedrungen, was ich glaube ich erst in den nächsten Tagen erstmal realisieren werde. Die Übungen, cool. Also da hat er sich schon wirklich was Tolles ausgedacht. Dass diese Gruppe, die da zusammen sich gefunden hat jetzt, dass die sich sehr, sehr, sehr befruchten wird und sehr weiterbringen wird. Und von daher finde ich dieses Konzept einfach klasse. Ich habe ja mit ihm gesprochen und als er mir dann erzählt hat, was er da alles reinbringt, dann dachte ich, wow ist das klasse, Mann ist das klasse. Ich muss da mit dabei sein. Ich habe ja mit dabei sein.